meine bundesliga saison prognose 2020 2021 und ich habe das gefühl es wird ganz traurig neueste zuerst jetzt schon mal bedeckt halten oh god gibt es die seitencam funktioniert die ja oh gott freunde meine bundesliga saison prognose 2020 2021 ich glaube ich hatte schalke so auf platz 13 oder so das wird so eine comedy veranstaltung was geht aber herzlich willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem zweitkanal rossi herr freunde heute kommt sie endlich pünktlich zum bundesliga start der jetzt heute abend endlich ist mit der partie bayern gegen schalke mit der partie bayern gegen schalke ja was soll ich sagen ja freunde heute geht endlich wieder los und das hier ist mein okay das ist ein bisschen zu schnell ich mache mal wiedergabe geschwindigkeit 1,25 bundesliga prediction für das jahr 2020 2021 oder übersetzt wir gucken uns jetzt in einem jahr in dem livestream an und lachen mich alle zusammen aus grüße an mein zukunft sich spaß er freunde es ist ja wir für die ganze bundesliga saison heute ich bin mal absolut gespannt was das wird falls ihr das ganze feiert dann lasst unbedingt einen daumen nach oben da ich bin mal gespannt auf eure feedback so letztes jahr ist sie ganz gut angekommen und ich feiere das eigentlich diesen fußball real live content den ich auch ab und zu mal auf dem zweitkanal bringt mir persönlich macht es viel spaß und ich merke auch dass es ja vor allem in den streams immer ein großes thema ist eine meinung zum verein xy zu den transfer so und ich habe das gefühl dass ihr das auch cool findet und wenn ihr wollt dass ich das mehr auf dem kanal bringt dann schreibt es gerne in die kommentare macht euch erkenntnis dann kann man ja gucken dass man hier vielleicht mal regelmäßig irgendwas dazu bringt ja freunde wir stellen jetzt auf jeden fall rein mit der prediction ich habe jetzt nicht für jeden verein immer hier die abgänge zugänge und was weiß ich nicht alles aufgelistet und wer die runterrattern was ich euch sagen werde ist natürlich die tabelle die werde ich komplett einmal predikten ob das so schau ist keine ahnung dann werde ich natürlich den vorschützenkönig predikten den best scorer habe ich mir noch aufgeschrieben den besten youngster dieses jahr wo ich glaube welcher junge spieler am meisten rasieren wird okay ich habe auch noch ich habe auch noch so ein paar hot takes gemacht von wegen bester youngster und so also jetzt zu prädikten dass ein junger spieler wie davis sancho oder harland kass sein wird das ist jetzt nicht so geil dann habe ich noch breakouts da das heißt ein spieler mit dem man vielleicht in den letzten ein zwei jahren ein bisschen unzufrieden war wo man gedacht wo ich kann mich halt ehrlich ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern also ich glaube top torjäger habe ich lewandowski gehabt safe aber ich bin mal gespannt was ich da so viel quatsch erzählen da geht vielleicht eigentlich mehr dass er diese saison sag ich mal das jahr hat wo er endlich zeigt dass er auf jeden fall am start ist und dann haben wir noch die größte enttäuschung der saison und die erste trainer entlassen ja freunde ich würde sagen wir starten auf jeden fall mal ganz gediegen mit der tabelle und platz 18 ich bin ehrlich habe keine hoffnung ich bin ein bisschen leid aber ich glaube es wird arminia aber man muss ehrlich sein bielefeld haben wir for real alle als abstiegskandidat gesehen bielefeld haben alle gedacht dass die absteigen aber es ist halt schalke geworden mit was waren das 16 punkten wiedergabe geschwindigkeit standard ja bielefeld ja ich letztes jahr lag ich mit union berlin absolut krass daneben die haben mich überrascht letztes jahr union berlin auf 18 getippt der galt football knowledge ist das gleiche aber stand jetzt muss ich ganz ehrlich sagen glaube ich nicht dran ich glaube nicht dass bielefeld die klasse halten kann deshalb bei mir platz 18 genau das gleiche gilt für den vfb stuttgart den ich auf den siebzehnten platz ranke haben einige junge leute auch dabei aber ich muss sagen so vor allem in der breite glaube ich nicht dass vor allem wenn ein zwei leute an stuttgart ja das ist erstliga reif ist es ist so eine rose yourself challenge es ist so eine rose yourself challenge den kader hat deshalb würde ich sagen dass stuttgart auf dem siebzehnten platz ist in der zweiten liga ja souverän ist auch was anderes häufig führung verspielt häufig spät noch gegentore bekommen ich weiß nicht stuttgart könnte natürlich auch auf einmal eine übel überraschung werden als wenn die auf einmal so 13 oder 14 da wären wäre das jetzt auch nicht so man irgendwie durch die decke gehen würde aber glaubt persönlich nicht sofern kommen wir zu meinem tabellenplatz 16 relegation und das ist das erste mal dass ich mich unten unbeliebt mache werde hier dem video wahrscheinlich gut auch jetzt wahrscheinlich schon das dritte mal gibt ja auch viele fälle und stuttgart fans es tut mir leid der erste fc köln ich habe dieses jahr für köln so ein richtiges scheiß gefühl ich weiß nicht warum aber köln war letztes jahr schon irgendwie so eine wundertüte dann hatten die mal so fünf sechs spiele wo auf einmal aktiv dann ging wieder gar nichts phasenweise in der hinrunde war komplette katastrophe ich muss auch persönlich sagen ich feiere markus gistl als trainer gar nicht wo sind die hater ich glaube köln 16 sorry noah wenn du das siehst aber ich trau köln echt nicht so viel zu man muss sagen ich habe das video hier schon mal aufgenommen da war köln bei mir sogar 17 das war vor drei tagen da hat aber die tonspur nicht funktioniert grüße gehen raus und da muss ich jetzt noch mal aufnehmen und in der zwischenzeit hat köln noch andré duda und sebastian andersson verpflichtet wer weiß wer weiß wer weiß aber ich habe köln auf 16 damit platz nummer 15 das heißt ganz klar vom abstieg gerettet habe ich den ersten fsv mainz 05 mainz ist finde ich ähnlich wie köln so auch in so eine absolute wundertüte aber das ist eigentlich eine stabile prediction zu sagen mainz ist wie köln absolute wundertüte mainz war halt vor real in der hinrunde so scheiße und also mal vor ihr wer hat damit gerechnet dass sie so eine geisteskranke rückrunde spielen also mainz 15 geht ja ehrlich noch klar das ist okay was ist mainz geworden jetzt letztendlich 13 oder so was ist mainz geworden ich habe gerade die tabelle nicht vor Augen ich müsste mal nebenbei aufmachen die waren halt so geistesgestört in der rückrunde mainz die waren ja zwischenzeitlich hinter schalke das kannst du auch keinem erzählen mainz zwölfter sogar noch die spiele da gewinnen die 3 4 0 und dann einen spieltag später liegen die nach 20 minuten wie 4 0 hinten also mainz war letzte saison auch komplett wird finde ich auch sehr schwer zu predikten gefühlt hast du auch da im kader einige spieler wo du denkst okay die könnten jetzt die saison den nächsten schritt machen das sind ja schon talentierte leute dabei aber ich weiß nicht ich habe bei mainz auf jeden fall das gefühl dass sie mit einem erstieg spielen werden und da könnte es auf jeden fall knapp werden tabellplatz 14 union berlin ich glaube daran dass berlin auch in zweites jahren folge drin bleibt letztes jahr muss ich ganz ehrlich sagen habe ich dann 0,0 mit gerechnet also wirklich es ist so eine roast yourself challenge und warum habe ich hier nicht die seitencam ich möchte die reaction seitencam haben es ist eine roast yourself challenge alter einfach mal union berlin sieben plätze schlechter als sie sind hätte ich nicht gedacht union berlin aber bravo größt gemeistert die erste bundesliga saison und jetzt halt mit max cruz echten geilen transfer gemacht also und jungen viele gestandene bundesliga spieler viel erfahrung man hat das gefühl da ist auf jeden fall in diesem eine einheit zusammengewachsen also keine ahnung also mich wird es ehrlich gesagt dieses jahr echt wundern wenn union berlin absteigt meiner meinung nach haben die dieses jahr einen stabilen kader zusammen und ich freue mich auf max cruz in der bundesliga wenn immer noch triggert das schalke den ich geholt hat aber man darf gespannt sein platz nummer 13 der sc freiburg letztes jahr abkappt wann kommt denn mal schalke wann kommt denn mal schalke freiburg 10. geworden ja das ist okay aber wann kommt denn mal schalke wo habe ich denn schalke hingepackt absolute überraschung der saison gewesen wobei bei freiburg ist auch nicht so eine überraschung weil die behalten sich jetzt auch schon seit ewigkeiten in der bundesliga und eigentlich hat die nie irgendjemand auf dem zettel aber dann haben die immer mal so ein jahr wie letztes jahr mit dabei christian streich ist einfach ein geiler typ freiburg wird meiner meinung nach auch dieses jahr nicht absteigen und auch noch so viel glaube ich mit dem abstieg zu tun haben aber trotzdem wird es schwieriger als letztes jahr weil die haben einfach mit waldschmidt schwolo und robin koch genau den habe ich vergessen einfach drei super wichtige spieler verloren und ob freiburg das so auffangen kann ich weiß es nicht aber ich glaube nicht dass die absteigen platz nummer 12 und da habe ich den sv werder bremen werder bremen letztes was hab ich denn gefeiert was hab ich denn gefeiert bruder bremen auf zwölf aussteigt aber ich meine gut also mal im ernst jetzt wie bremen die letzten zehn spieltage reingeschissen hat war aber auch wirklich sehr interessant das ist ja eine absolut absolut schwierige saison gehabt das muss man ganz ehrlich sagen der kader hat sich jetzt im vergleich zur letzten saison auch nicht unbedingt verändert man es einige ältere spieler losgeworden mit finn bartels und uri schahn zum beispiel die hatten jetzt keine zukunft mehr bei dem verein claudio pizarro hat seine karriere beendet weil man hat sich von spielern die langkamp und barkrede getrennt dazu gekommen sind jetzt fest fest verpflichtet leonardo bitten kurz und über toprak die sind auf jeden fall mit dabei und sie haben sich eben schon ausgeliehen von manchester united werder bremen hat meiner meinung nach nicht den überkader wie man ihn letztes jahr vor das ist und damals hat noch keiner mit david the goat selke gerechnet aber for real die chong ausleihe war auch ein bisschen los da habe ich auch gedacht dass der da abgehen könnte weil ich weiß gar nicht der ist im winter zurück nach schon geredet hat wo alle meinten werder wird auf jeden fall mit um die euroleague plätze spielen wer hat aber auch für mich keinen abstiegskader muss ich ganz ehrlich sagen warum gucke ich mir das eigentlich an warum gucke ich mir das eigentlich an ich habe ja halt wirklich beschissene text drin werder hat keinen abstiegskader er perfekt alter viel letztes jahr auch mit verletzungen sehr viel zu kämpfen gehabt ich trau bremen auf jeden fall irgendwie sowas zwischen platz 12 und 9 zu ich glaube in dieser richtung werden sie sein nicht unbedingt weiter höher nicht unbedingt tiefer kann ich mir nicht vorstellen dafür ist finde ich wenn man sich den bremen kader anguckt im vergleich zu anderen kadern der kader dann einfach doch noch ein stück besser bruder was war war ich denn da für eine scheiße ich bin mal gespannt also diese diese achse da aus raschica und chong die könnte mir gut gefallen platz bremen fans anwesend also diese diese achse da aus raschica und chong die könnte mir gut gefallen platz nummer 11 ja sie muss ja langsam kommen sind meine schalker also ich habe echt nicht viel hoffnung für diese saison und platz 11 und das ist halt so traurig dass man das sagen muss ist halt besser als die platzierung in den letzten beiden spielzeiten da weißt du wo wir schalker aktuell stehen ja was soll ich sagen viele wichtige spieler verloren nübeln der ja nichtsdestotrotz obwohl er auch fehler gemacht hat immer noch ein sehr talenteter keeper ist kaligiuri ablösefrei verloren weston mckennie wurde verliehen und so weiter und so fort ja als neu zugänge dann letztendlich geholt haben wir eigentlich bis jetzt nur patient ja und dann haben wir halt irgendwie so schalke style wie in den letzten fünf jahren halt so drei neu zugänge jede saison weil das irgendwelche abgehalfterten spieler sind die halt von alleine zurückkommen ich sehe bei dem kater nicht dass er absteigt dafür ist er dann doch schon zu gut meiner meinung nach also das sehe ich nicht aber das hätte ich auch letztes jahr nicht gesehen für mich ist einfach die platzierung von schalke dieses jahr davon abhängig und so ernst muss ich leider sagen je früher david wagen entlassen wird desto besser wird die endplatzierung von schalke meiner meinung nach vollfront an der stelle das ideale was passieren kann ist dass wagen nach fünf spieltagen entlassen wird schalke spielt ja die ersten drei auswärtsspiele in leipzig dortmund und schalke kann ich mir aktuell nicht vorstellen dass man da irgendwo einen punkt mitnehmen kann höchstens vielleicht leipzig aber alles andere sehe ich aktuell nicht also ich bin froh dass die patient ja verpflichtung jetzt durch ist das ist mal so ein bisschen hoffnung in wiese wird haben wir auch noch die wird aber glaube ich eher so den den joker part geben und sonst ja eher so der im training mal ein umboxen part rechtsverteidiger im kader auf den flügeln sieht sehr mau aus ich sehe auch harit eigentlich eher als zehner als als flügelspieler du hast leute wie bentaleb und gut im kader die eigentlich gar nicht da sein wollen die du jetzt aber notgedrungen wieder spielen lassen muss obwohl du den schon dreimal gezeigt hast wo die tür steht ja können wir ziemlich schalkige saison werden gewinnt drei spiele am stück und dann merkte oder klar dass er doch nicht gewinnt drei spiele am stück wir haben insgesamt drei spiele gewonnen schade schade browski schade und dann verlierst du wieder 16 am stück platz 11 für schalke so platz nummer 10 ein augsburger ich mag die oder willst augsburg sympathischer verein augsburg ist okay wo ist augsburg zwölf ne ne 13 ja das ist okay und ich habe gute transfers gemacht ohne witz udo kai von wolfsburg verpflichtet gummi ist ein polsches talent rechtsverteidiger giechewitz ablösefrei von union berlin geholt sehr starker transfer der juli ablösefrei geholt tobias strobel ablösefrei geholt von borussia münchen gladbach also wirklich meiner meinung nach sehr starke transfers gab unter anderem kommen dann auch leihspieler wie michael grigowitsch zurück ob die jetzt so eine bereicherung sind muss man dann halt mal schauen aber ja augsburg für mich auf jeden fall starke transfers gemacht den einzigen wichtigen spieler den sie verloren haben ist philip max der ist nach psv eintrofen gegangen aber ansonsten hat man so mehr oder weniger den kader zusammenhalten können und ich glaube augsburg könnte mit den neuzugängen so ein bisschen die überraschung vielleicht der saison werden also es würde mich wundern wenn die so richtung 15 16 17 gehen platz 9 frankfurt also frankfurt ist für mich auch so ganz komisch ich kann den kader aktuell irgendwie so gar nicht einschätzen machen wir weiter weil man natürlich irgendwo so die messlatte von vor zwei jahren hat dieses trio mit rebic jovic und haler war halt einfach nur geistes kann geil ich habe halt einfach bei frankfurt so das gefühl das sagt mir das jetzt vor der saison dass da einfach dieser eine spieler fehlt keine ahnung irgendwas fehlt da die amt meinst du diesen andere silva von dem alle reden stabilen kader so gar keine frage trapp ist ein sehr starker torwart hinteregger super innenverteidiger kostet finde ich extrem stark da koste also da laufen ja schon leute rum die fußball spielen können aber die menschen imagine man zählt bei den frankfurter top spielern dennita koste auf aber nicht andere silva nice bruder und dieser kamar da ich weiß auch nicht wer der ist können dann letztendlich um europa mitzuspielen fehlt frankfurt meiner meinung nach noch dieser eine spieler den unterschied macht deshalb platz 9 für eintracht frankfurt ja bruder andre silva und kadermäßig hat sich ja jetzt muss man sagen auch nicht so viel getan platz 8 der vfl wolfsburg ach dicker oh mann aber wolfsburg hat ehrlich krass überperformt mal für real hättet ihr vor der saison gedacht wolfsburg kommt in die champions league das hätte ich auch nicht gedacht also ja gilt eigentlich so ein bisschen das gleiche wie frankfurt ich sehe den kader ein ganz kleines stück stärker als den frankfurter kader ich bin ein riesengroßer vorkost fan ich bin fest davon überzeugt dass er wieder so seine 10 15 hütten machen wird alles andere würde mich wundern aber auch bei wolfsburg fehlt mir so dieser eine spieler der den unterschied macht um halt ganz vorne anzugreifen sprich richtung platz 5 und platz 6 das sehe ich aktuell bei wolfsburg nicht vielleicht kommt da ja noch was aber da fehlt mir auf jeden fall was platz 7 die hertha der hauptstadt der club ich sehe hertha bsc vor der saison auf dem siebten tabellenplatz und hertha ich habe einfach einfach die beiden hauptstadt klubs getauscht ich habe mich vertan ich wollte eigentlich union auf sieben und hertha auf 14 hat dieses jahr potenzial nach oben nach unten wie kein zweiter verein also das finde ich da extremst krass die fallhöhe ist extremst hoch einerseits geile leute geholt einen geilen kader zusammen natürlich auch wegen den windhorst millionen muss man ganz klar sagen aber gut das geld ist nun mal da haben sich mit cordoba schwolo und c fuig wenn ich richtig ausgesprochen habe drei neue spieler geholt den einzigen wichtigen mann den man halt verloren hat sind marken grujic den man an liverpool verliehen hat und andré duda der nach köln gegangen ist im gegenzug zum transfer von cordoba wobei du da jetzt auch nicht mehr so die riesenrolle gespielt hat ja ich bin gespannt bei hertha habe ich aktuell aktuell so ein bisschen das gefühl dass der kader so ein bisschen systemlos zusammengestellt worden ist das sagt mir mein gefühl weil die haben irgendwie vier mittelstürmer und irgendwie nicht so wirklich viele verteidiger keine ahnung bei hertha bruder war eine gute analyse ohne spaß also halt nur sieben tabellen plätze zu hoch aber ich habe viele wichtige punkte genannt nee nicht grujic verliehen ich wollte sagen grujic war geliehen und ist zurückgekehrt bin ich mir noch ein bisschen unsicher aber die offensive mit kunja cordoba piontek die könnte auf jeden fall schon knallen ich bin mal gespannt also hertha ist für mich dieses jahr wundertüte aber rein von dem was die im kader haben würde ich den auf jeden fall angriff auf europa schon zutrauen auf platz nummer sechs habe ich feier 04 da muss ich ganz ehrlich sagen ich glaube die werden eine sehr spiel vor sich haben weil der anspruch von leverkusen die fünfte oder sechste ist richtig ist richtig dieses jahr nicht zu die letzten zwei jahre waren nun mal einfach hart weil man mit brand und havert einfach zwei ja ganz ganz wichtige spieler verloren ich bin so ein bisschen ich bin so dass das leverkusener image geprägt haben also brand und havert waren die vorzeige leverkusen spieler kann man sagen die auf jeden fall dem fall warte mal wo zum fick ist hoffenheim alter wo habe ich hoffenheim mir die champions die prediktet ach du scheiße wo kommt ein hoffenheim ein gesicht gegeben haben dieses jetzt weg dazu auch noch kevin volland der für mich ein super underrated stürmer ist erst nach und als zugang hat man bis jetzt ahnung hört ihr es ahnung der mann hat ahnung nur als namen auf dem zugang patrick schick im sturm das kann natürlich sein dass da noch offensiv was passiert aber stand jetzt glaube ich das wird eine ganz ganz schwierige saison für bayern 04 leverkusen und man darf gespannt sein ist halt wirklich ein umbruch aber damit kennt man sich als schalke fan kennt man sich damit aus platz nummero fünf hoffenheim tatsächlich ich habe das gefühl dass hoffenheim diese saison ein bisschen steil gehen könnte vor allem dadurch dass andre kamaric jetzt endlich wieder zurück ist der bei letztes als er zurückkam hat er dann direkt wieder getroffen wie am fließband hoffenheim muss ich sagen habe ich irgendwie richtig gutes gefühl als einzigen richtigen zugang haben sie gab chinovic geholt im tausch mit zuba von der eintracht gab chinovic auch auf jeden fall interessanter spieler hoffenheim ich habe so ein bisschen ich habe ein gutes gefühl nachher werden die neunter und ich lache mich wieder selber aus aber ja noch schlimmer elfter noch schlimmer so wir kommen in die top vor das heißt die vier mannschaften jetzt kommen spielen natürlich auf jeden fall schon mal in der champions league und hier ist es jetzt nicht so eine große überraschung auf platz vier habe ich rb leipzig da muss man natürlich ganz klar sagen der abgang von timo werner schmerzt einfach enorm der war jetzt jahrelang der ganz wichtige gestandteil seitdem also for real ich weiß nicht was ich für eine mission mit borussia münchen gladbach hatte aber gladbach war halt auch in der rückrunde wild scheiße aber leipzig klar die sind zweiter geworden aber vor der saison for real das ist okay weil also die haben ja auch leipzig hat trotzdem irgendwie eine komische saison gespielt weil die halt einfach kein stürmer haben ich glaube deren bester torjäger hat acht hohe oder so also ich finde das in ordnung damit kann man leben nur was ich gleich über gladbach auf rang drei erzählen werde werde ich das wird interessant leipzig in der bundesliga spielt ist ja noch nicht so lange war werner immer der stürmer für leipzig da war das ganze system drauf aus der ist jetzt weg wann wurde als ersatz geholt benjamin henrichs ausfliehen von der AS monaco ich muss sagen auch bei leipzig die haben eine super mannschaft und ich bin mir ziemlich sicher dass die in die champions die kommen alles andere würde mich wundern vor allem auch bei leverkusen jetzt erstmal den abgang von harvard kompensieren muss aber ich glaube auch für leipzig wird das keine so einfache saison weil da natürlich schon wirklich was wichtiges weggebrochen ist trotzdem die haben so viele junge spieler noch im petto kann mir auch vorstellen dass die vielleicht noch irgendeinen holen leipzig sollte für die ja da haben die surlott noch nicht gut gehabt aber ich finde der leipzig take war echt in ordnung also klar zwei plätze höher aber mal vor real chat der leipzig take war in ordnung platz nummer drei gladbach ich traue gladbach dieses jahr mehr zu als leipzig gladbach hat für mich einen extremst geilen kader dieses offensiv trio mit player zu ram und embolo finde ich einfach extremst geil dahinter sind richtig gute spieler noch ein stindl ist jetzt wieder zurück der war auch lange verletzt haben auch viele nicht mehr auf dem zettel glatt war ja auch zwischenzeitlich echt gut was die hat gefickt hat war der rose abgang also ja die prediction ist halt völlig lost mit gladbach i know gladbach stärker als leipzig wilder take gladbach in die champions league auch wilder take aber gladbach hat so krass zwei verschiedene gesichter gehabt dieses jahr das war schon mit jahren sommer für mich einen der besten torhüter in der bundesliga floh neuhaus lw die ginter die für mich beide echt underrated muss ich sagen gladbach hat für mich einen starken kader und für mich dieses jahr dritter gladbach könnte abgehen also gladbach traue ich auch dieses jahr wieder so 60 70 saisontore zu ich guck nach saisontore borussia münchen gladbach 64 maschallah weil die offensive von denen finde ich einfach extremst geil platz nummero zwei ja es ist keine große überraschung letztes jahr letztes jahr habe ich mich getraut da habe ich mal dortmund zum meister gemacht aber dieses jahr sage ich okay ganz safe bayern ganz 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 safe bayern bei dortmund haben auch einen starken kader wieder dieses jahr zusammen muss ich auch sagen mein respekt dass man dabei jaden sancho so hart geblieben ist und der ist noch ein jahr in dort und spielt ist geil für real aber sancho hat sich krass gefangen sancho war am anfang der saison der hatte einen echt schweren stand und hat auch einige nicht so gute spiele gemacht wie sancho sich hinten raus noch aus der saison gedribbelt hat also positiv sancho krass sehr krass gewesen muss ich ganz klar sagen das freue mich auf jeden fall mit bellingham münnir und rein bitte sagt nicht irgendwas über münnir simon bitte sagt nicht irgendwas über münnir dass du diesen transfer gut findest wenn man diese ausspricht drei leute dazu bekommen aber ich könnte mir vorstellen ich könnte mir vorstellen dass der interessanteste neuzugang dieses jahr aus der u19 kommen und das ist jussufer mokoko auf den wird man auf jeden fall mal gespannt sein der wird natürlich enormen druck haben gar keine frage bellingham macht bis jetzt einen guten eindruck münnir ist als rechtsverteidiger geholt worden denn ja der abgang von hakimi schmerzt sagt nicht über münnir aber ist auch der einzige also ansonsten man hat ja viele spiele haben die mario götze schürde der seine karriere beendet hat die man jetzt nicht mehr unbedingt gebraucht hat hakimi ist so der einzige wichtige stammspieler der da weggebrochen ist ansonsten dort und hat für mich einen richtig geilen kader zusammen dieses jahr muss ich ganz klar sagen aber was ich mir bei dort und echt mal wünschen würde muss ich ganz ehrlich sagen ganz ehrlich bei dortmund fehlt mir auch dieser dieser eine banger im kader um dann bayern münchen mal ernsthaft zu attackieren da fehlt mir einfach ich weiß nicht vielleicht ein defensivspieler keine ahnung ist aber der dortmund take war okay der dortmund take war ehrlich okay die haben halt zwischendurch wirklich eine wilde schwächelfase gehabt aber der dort und take war in ordnung irgendein richtig weltklasse mann den man da den man da hinstellen kann weil dort und hat natürlich den sehr sehr jungen kader das ist deren vereinsphilosophie und das ist auch alles schön schön und gut da sollte ich als schalke fern eigentlich nicht drüber urteilen weil die haben es einfach wunderbar gut gemacht aber ja dort und zweiter platz bin ich mir ziemlich sicher da bilden platz eins da haaland ist ja nicht der spieler ja bruder natürlich ist haaland der banger spieler aber for real freunde wir brauchen nicht darüber diskutieren wer haaland jetzt ist aber und zu der meinung stehe ich zu 100 prozent erling haaland war auch letzten sommer schon krass aber erling haaland hatte letzten sommer bei weitem noch nicht das standing was er jetzt hatte weil der typ da erst ein halbes jahr bei dortmund gekickt hat also den take könnt ihr mir nicht angreifen natürlich war mir zu dem zeitpunkt schon klar dass dort und einen krassen kader habt und das haaland eine maschine ist aber wer mir jetzt erzählen möchte haaland da war mir schon sofort nach drei spielen klar dass der alles zerficken wird das ist mir ein bisschen zu früh alter ich habe letztes jahr auch immer noch gesagt hey haaland ist krass aber haut mir den noch nicht in die weltklasse rein weil der spielt erst ein halbes jahr bei dortmund lass den mal eine volle saison spielen dann können wir darüber reden jetzt ist ein jahr später jetzt sind wir eines also nicht eines besseren belehrt worden mir war schon klar dass haaland auch gut sein wird aber haaland ist jetzt in der weltklasse angekommen haaland war für mich letzten sommer nach einer halbserie bei dortmund noch nicht in der kategorie weltklasse und auch noch nicht auf einem level vom namen her wie in jaden sancho jetzt ein jahr später können wir die hand heben und sagen der die entwicklung genommen die wir uns erwünscht hatten haaland ist jetzt weltklasse da fehlen mir ein zwei spieler für glaube ich ehrlich gesagt ja platz nummer eins der fc bayern und ich meine es hat sich ja letztendlich sogar so ein bisschen der take bestätigt den ich gesagt habe so du hast mit haaland und sancho in der offensive zwei absolute banger aber der hat halt irgendwo also für mich ist es halt die rechte außenbahn hat die halt ein spieler gefehlt weil du halt hakimi nicht ersetzen konntest so ich hätte jetzt auch nicht gedacht dass mir so scheiße ist aber ich finde meinen dortmund take also in diesem video sind ganz viele beschissene takes dabei aber ich finde der dort und take ist nicht schlecht weil gibt dortmund von der qualität her einen spieler wie guerrero auf der rechten seite und die mannschaft sieht ganz anders aus ich bin ziemlich sicher ich glaube nicht dass bayern das triple verteidigen kann auch wenn hanzi flicken super trainer ist aber stand jetzt ist mir dafür der kader einfach viel zu dünning muss ich ganz ehrlich sagen man hat pussy geholt für die inverteidigung als backup der titel vertreinigen kann auch wenn hanzi blicken super trainer ist aber stand jetzt ist mir dafür der kader einfach viel zu denn muss ich ganz ehrlich sagen man heraus ihr geholt für die Innenverteidigung als Backup. Man hat Leroy Samné geholt, der natürlich ein Wahnsinns-Transfer ist für 50 Millionen, auch wenn er jetzt lange verletzt war. Wenn der Typ nicht verlernt hat, Fußball zu spielen, ist es ein Weltklasse-Mann für die Außen und passt einfach perfekt ins System. Ist ein super Deal. Auf der Abgangsseite wird es aber dann meiner Meinung nach ein bisschen ekeler. Odrio Sola, gut, der war geliehen, der war jetzt auch nicht wirklich wichtig, einfach weil Kimmich zur Not Rechtsverteidiger spielen kann. Ansonsten ist ja dort Pavard gesetzt, weil Kimmich eben im zentralen Mittelfeld spielt. Aber Perisic und Coutinho, das schmerzt. Also meiner Meinung nach braucht Bayern auf jeden Fall noch einen Flügelspieler als Backup. Ich finde das ein bisschen riskant, nur mit Sané, Gnabry und Kingsley Coman in die Saison zu gehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sané und Kingsley Coman. Was man dazu sagen muss, weil immer ein paar Leute hier noch Transfers reinschreiben. Ich habe das Video ich glaube eine Woche, also vor dem Ligastart aufgenommen. Da waren ein paar Transfers noch nicht durch, weil ja ein paar Spieler am Deadline-Day erst gewechselt sind. Ich glaube Bayern hat ja Costa, Choupo-Moting und Saar am Deadline-Day verpflichtet. Beide Spieler, die auf jeden Fall schon die ein oder andere Verletzung hatten. Also vor allem Kingsley Coman finde ich ein bisschen fahrlässig. Also wenn sich da zwei Flügelspieler verletzen, dann wird es schwierig. Also ich würde mich da an Bayerns Stelle nicht scheuen, noch einen vierten Flügelspieler zu holen. Auch auf jeden Fall auf einem stabilen Niveau. Letztes Jahr hat Hansi Flick gezeigt, dass er eben mit Pernisic, Coutinho, Gnabry und Coman vier Spieler für den Flügel im Kader hatten, die alle unbedingt spielen wollten und trotzdem war da keiner super unzufrieden. Also glaube ich schon, dass das ein Hansi Flick gemanagt bekommen würde. Ja, Bayern sollte Meister werden, aber mir fehlt da ein Spieler noch, damit ich denen auch noch mal die Champions League zutrauen kann. Vielleicht auch zwei Spieler. Der Bayern-Take war aber auch in Ordnung. Ohne Spaß. Also es ist ja ungefähr so gewesen. Also klar, bei Bayern hat er auch in der Champions League vor allem reingekickt, dass Lewandowski verletzt war. Aber ich finde, der Bayern-Take war in Ordnung, weil letztendlich, klar, so Corona hat auch reingekickt, kann es halt nicht vorhersehen. Das ist halt, letzten Sommer war die Situation ja relativ entspannt. Da waren ja phasenweise in der Pokalrunde auch wieder Fußballfans im Stadion. Aber Bayern ist ja ungefähr so eingetreten. Der Bayern-Take, den fand ich echt gut. So, dann kommen wir jetzt zu meinen, was sind das? Zwei, vier, sechs. Sechs. Zu meinen, ähm, sechs Auflistungen, die ich hier noch habe. Wollen wir mal mit dem Top-Torjäger. Ah, Lewandowski. Also schon Lewandowski. Der Einzige, der dem, glaube ich, so richtig gefährlich werden könnte, wäre Erling Haaland. André Silva. Hello there. Werner ist weg. Vielleicht einer von Gladbach. Pia, Thüram, Baut-W-Korsten. Nee, nee. Lewandowski. Meiste Tore. Robert Lewandowski. Meiste Scorer. Auch schwierig. Auch schwierig. Entweder Lewandowski, weil er einfach zu viele Hütten macht. Oder Jadon, Jadon Sancho. Ich sage, ich sage Jadon Sancho. Ich sage Jadon Sancho. Äh, ja. Nee. Nee, leider nicht. War Müller, äh, war, nee, warte mal. Müller hat jemand mit 30 Scorern. Also Lewandowski ist auf jeden Fall Safe-Topscorer geworden. Aber ich würde es halt ganz gerne mal nachgucken. Also Lewandowski, klar, der hat zu viele, ne, 48 Scorer oder so, ne. Aber ich würde, wo kann ich das nachgucken? Bundessieger. Das ist bei Statistiken wahrscheinlich. Statistiken. Scorer. Jadon Sancho steht an Stelle 9. Kommt auf 21 Scorer. Und Lewandowski auf 50. Lewandowski hat mehr als doppelt so viele Scorer wie Sancho. Ja, perfekt. André Silva 38 Scorer. Haaland 35. Müller 32. Ja. Der wird nochmal so eine starke Saison spielen wie letztes Jahr. Ich glaube, Jadon Sancho. Jadon Sancho kann man auch mittlerweile sagen, äh, ist ein Weltklasse-Flügelspieler. Ist einer der besten Flügelspieler der Welt. Ich glaube, das kann man sich eingestehen. Ich glaube, der wird auch die Liga wieder bei allem in Derbys gegen Schalke rasieren. So, dann haben wir den besten Youngster in diesem Jahr. Und das ist, glaube ich, kein Call, der jetzt irgendwie ultra weit hergeholt ist. Den haben auch viele auf Rechnung. Florian Wirz. 17 Jahre jung. Klar, Leverkusen, wichtige Leute. Ah, ja. Musiala und Bellingham. Musiala und Bellingham halt schon vorne. Aber Wirz war, Wirz war schon gut. Aber er war jetzt halt nicht auf dem Level von, ja. Wirz war gut, aber halt nicht der Youngster der Saison, ne. Aber dass man aktuell keinen wirklichen Ersatz für Havertz holt, zeigt ja, dass man auf die eigenen Spieler setzen will. Und ich glaube, dass Florian Wirz dieses Jahr auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil der Leverkusener Mannschaft wird. Ganz junger Kerl noch. Das, was man von ihm in der Rückrunde gesehen hat, war einfach nur wirklich hochinteressant. Und ich glaube, der könnte dieses Jahr bei Bayern 04 Leverkusen auf jeden Fall richtig steigen. Kommen wir zum Breakout-Star, was das genau bedeutet. War Mangi Tuka sogar Rookie of the Year geworden? Kreis, ich dachte, das wäre Bellingham. Okay. Das habe ich, glaube ich, am Anfang erklärt als so ein Spieler, der dieses Jahr endlich seinen richtigen Durchbruch in der Liga schafft. Und da habe ich mich für Lukas Hernandez entschieden, vom FC Bayern München. Der ist letztes Jahr gekommen für Acht. Ja, nee. Nee, hinten raus war Hernandez gut, aber Breakout-Star der Saison. Hernandez auf, nee. Union war dann sehr lange verletzt, hat fast gar keine Rolle bei Bayern gespielt. Und ich glaube, dieses Jahr könnte Lukas Hernandez auf jeden Fall ein fester Bestandteil der Bayern-Mannschaft werden und dann auch endlich sein Potenzial zeigen. Traue ich ihm auf jeden Fall zu. Vor allem, falls Alaba gehen sollte. Dann kann er natürlich auch gut und gerne Innenverteidiger spielen. Kann ja links und links. Nein, Hernandez war krass am Ende. Ohne Spaß. Ich würde, mein Call wäre für nächste Saison, dass halt vielleicht Hernandez-Breakout-Star der Saison wird. Nächstes Jahr. Ich glaube, Lukas Hernandez wird dieses Jahr viele Spiele für Bayern machen und auch viele sehr, sehr gute Spiele für Bayern machen. Okay, dann haben wir noch zwei Punkte. Erste Entlassung. David Wagner. Enttäuschung der Saison Schalke. Ja, das ist leider so. Keine Ahnung, Mann. Natürlich wird Schalke enttäuschen. So, guck dich den Kader an. So, die Hälfte spielt da. Die haben da aber eigentlich gar keinen Bock. So, guck dir das Gesicht an. Wenn er wüsste. Wenn er wüsste. Was nach dem 18. September 2020 noch alles passiert. Wenn er wüsste. Wenn er wüsste. Die wollen da gar nicht zocken. Wagner. Ja. Jetzt dürfen wieder Fans ins Stadion. Das heißt, Schalke hat ein bisschen mehr Co. Dann kannst du ihn halt auch endlich entlassen. Also. Jetzt dürfen wieder Fans ins Stadion. Schalke 04. Nicht ein Spiel vor Fans gemacht. Perfekt, Bruder. Corona den Mann. David Wagner. Ich finde ihn korrekt als Person. Aber ich peile seine Mission als Trainer nicht. Ohne Witz. Gar kein. Also. Keine Ahnung. Ersten fünf Spieltage. Könnte gut sein. Also es geht hier um die erste Entlassung. Ich glaube, David Wagner ist nicht länger als Spieltag. Sechs oder sieben Trainer. Ersten drei Auswärtsspiele. Bayern. Leipzig. Dortmund. Holen wir maximal einen Punkt, sage ich. Von daher. Freunde. Das war es auf jeden Fall mit meiner Bundesliga-Saison-Prediction. 2020-2021. Ja, da waren schon, Chat, da waren schon ganz eigenartige Takes dabei. Da waren ein paar solide Takes dabei. Aber es ist halt ohne Spaß. Diese Videos sind immer so eine geisteskranke Roast Yourself Challenge. Also, falls ihr das Video hier auf dem Stream-Highlight-Kanal seht, gerne mal ein Like da lassen, wenn ich das in den nächsten Wochen wieder machen soll. Vor allem, wo es ganz wild wird, wird bei zweiter Liga. Da mache ich auch eine zweite Liga-Saison-Prediction. Und da werde ich mich richtig blamieren. Scheiße. Au, 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 au. Vielen Dank.